Hallo liebe Leute, liebe Freunde, liebe schaulustige und super coole Leute. Es ist was Neues gekommen, was Interessantes. Das TikTok wird gerade ausgeschaltet in ganz Österreich. Ende des Monats, Ende des Jahres, also Ende des Monats, wird das TikTok nicht mehr in Österreich geben und es ist vorbei mit TikTok. Keine TikTok, warum sind sehr viele Kriminelle unterwegs, viele Vergewaltigungszenen, viele Waffen, viele schlimme Sachen drinnen sind und wird TikTok in ganz Österreich ausgeschaltet. Ich habe die Neustadt von Radio und TV gehört. Das wird interessant. Wir werden leider kein TikTok mehr geben. Ist vorbei. Österreich wird befreit von diesen kriminellen Sachen. Und wir wünschen alle Menschen, die wollen TikTok spielen und Spaß haben und sowas, können nicht mehr. Alles Gute. TikTok ist vorbei. Das Leben ohne TikTok wird endlich befreit. Und die Kinder können wieder in die Schule gehen und nicht mehr süchtig sein. Das wird Befreiung für unsere ganze Menschheit. Befreiung, Befreiung, Befreiung. TikTok raus, TikTok raus. Wir wollen kein TikTok mehr. Raus TikTok. Keine Lust mehr. Wir sind befreit, befreit. Kein TikTok. Gebt unsere Kinder wieder zurück. Nehmt unsere Kinder nicht weg. Ihr seid kriminelle TikTok. Raus TikTok, raus TikTok. Wir sind frei. Und es lebe wie YouTube. YouTube ist gut. YouTube ist das beste. YouTube ist das kurste. Alle lieben YouTube. YouTube. Wir lieben alle YouTube. YouTube ist das beste. Das beste überhaupt. Das beste überhaupt YouTube. TikTok raus. Und euer lieber Komo wünscht alles Gute. Ciao, ciao. Alles Liebe. Euer lieber Komo. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.